Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardware Ecke. Heute widmen wir uns einmal dem OC, der Asus TUF Gaming RTX 3090 OC. Wie ihr sehen könnt, sie taktet gerade bis 1980 MHz hoch. Wenn sie jetzt ein bisschen wärmer wird, dann taktet sie auch runter. Und ich wollte euch einmal zeigen, den Vergleich zwischen OC und Nicht-OC, beziehungsweise die Karte ist ja schon übertaktet vom Werk aus. Aber das ist auch nicht so viel. Ihr müsst bedenken, hier bei der Aufnahme, OBS spielt eine sehr, sehr große Rolle. Braucht so 10-20% nochmal CPU-Leistung. Dementsprechend sinken hier die Frames, da die Grafikkarte EE vom Prozessor limitiert wird. Wir sehen jetzt, wir haben 68, 69 FPS. Ich werde den Takt jetzt mal anheben und euch dann auch sagen, wie viel ich da reiche. Vorher seht ihr ja hier im GPU-Set den Takt anliegen. Und ihr seht auch, was für eine Pixel-Füllrate und eine Textur-Füllrate wir haben. Und auch die Bandbreite des Grafikkartenspeichers. Und ich werde das Ganze jetzt mal anheben. Ich habe das etwas länger getestet, wie viel da erreichbar ist. Und setze die Lüftergeschwindigkeit auch auf 100%, damit wir hier nicht von der Temperatur ausgebremst werden. Das Power-Target kann man um 7% erhöhen. Dann geht der Rechner von 530 auf 560 Watt herum. Also 30 Watt haben wir mehr Stromverbrauch zur Verfügung. Ich rede natürlich vom Gesamtsystem. Ihr werdet aber dann auch gleich hier bei den Sensoren sehen, dass das auch ansteigt. An der Pixel-Füllrate und an der Textur-Füllrate im GPU-Set seht ihr, dass die Leistung jetzt schon angestiegen ist. Und auch die Bandbreite ist jetzt bei 1027,6 GB die Sekunde. Also deutlich höher. Nochmal zum Vergleich. Ich gehe gerade nochmal runter. Haben wir hier fast 100 GB die Sekunde mehr. Das ist schon ordentlich. Obwohl uns der Speicher hier nicht wirklich ausbremst. Trotzdem habe ich den mal mit angehoben. In Zahlen. Ich kann den GPU-Takt um 180 MHz in MSI Afterburn anheben. Und den Grafikanspeicher um 950 MHz. Was dann nachher beim Spielball rumkommt, ist dann wieder eine andere Sache, da wir hier ja den Boost-Takt haben. Ich werde jetzt auch mal hier die Sensoren aktivieren. Da seht ihr, wie hoch der Takt momentan ist. Ich bin noch rausgetappt, da ich hier GPU-Zeit anschaue. Wenn ich ins Spiel gehe, dann wird das Ganze sich jetzt erhöhen. Jetzt bin ich im Spiel. Jetzt seht ihr auch, der GPU-Takt geht bis auf 2175 MHz hoch. Teilweise sogar bis 2185 MHz. Fast erreichen wir 2,2 GHz. Und der Grafikanspeicher ist bei 10702 MHz. Also schon ordentlich. Und es bringt so 5 bis 6 FPS bei 4K. Also bei der momentanen Einstellung. Die kann ich euch einmal zeigen. Obwohl es kein 4K momentan, es ist WQHD. Bei 4K bringt es aber 4 bis 5 FPS. Und bei WQHD bringt es so 10 FPS. Kann es schon bringen. Auch wenn wir hier gerade bei 70 sind, das liegt wirklich an OBS. Also probiert es selbst bei euch mal aus, dann seht ihr das. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Ich zeige euch hier einmal den GPU-Takt. Ihr seht, 2160 MHz. Mal höher, mal niedriger. Und ich werde jetzt auch noch ein paar Benchmarks machen. Und die euch dann zeigen. Damit ihr mal so einen Vergleich habt. Wir werden dann einmal 3DMark Timespy und diverse andere Tests noch laufen lassen. Das seht ihr dann immer gleich. Schauen wir uns die ersten Ergebnisse an. Hier haben wir einmal das Firestrike-Extreme-Ergebnis. Das liegt bei 22.985 Punkten. Und der GPU-Takt liegt bei 2.010 MHz maximal. Und wenn wir dann übertacken, sieht das Ganze natürlich anders aus. Dann haben wir 24.439 Grafikkartenpunkte. Und sind natürlich höher, was die Punkte angeht. Und der GPU-Takt liegt dann maximal bei 2.190 MHz. Also fast 2,2 GHz. Das ist wirklich schon extrem gut. Das hätte ich nicht erwartet. Der eine oder andere hat vielleicht nochmal eine bessere Karte. Aber ich habe das wirklich nicht erwartet. Dann haben wir noch den Timespy Extreme getestet. Beziehungsweise ich habe den getestet. Und da erreiche ich ohne OC 9.951 Punkte. Ihr seht auch, dass der aktuellste Treiber drauf ist. Oder seht es auch nicht. Das ist der 456,71 drauf. Also momentan zur Zeit der Aufnahme des Videos hier der aktuellste Treiber von Nvidia. Also mit dem älteren Treiber, dem 456,55, liegen erstaunlicherweise die Punkte deutlich niedriger. Bei 9.699, das heißt 250 Punkte allein nur durch den Treiber mehr. Installiert euch auf jeden Fall den neuesten Treiber. Das lohnt sich. Dann habe ich das Ganze mal mit OC getestet. Ohne OC lagen wir bei 1.995 MHz. Und mit OC sind wir dann auch bei 2.190 MHz. Also 195 MHz mehr als ohne OC. Das spiegelt sich natürlich in Punkten wieder, wenn wir hier einmal schauen. Hier haben wir 10.667 Grafikkartenpunkte und somit eine Steigerung von fast 700 Punkten. Das ist wirklich super. Zum Schluss habe ich dann noch Port Royal getestet. Und da hatte ich ohne OC 12.833 Punkte. Hier lag der GPU-Takt bei 1.980 MHz und mit OC lag er dann bei 2.160 MHz, also auch 180 Punkte höher. Und wenn wir mal vergleichen, wir haben 800 Punkte mehr, circa. Also das ist schon mal wirklich sehr gut. Ich habe aber nicht nur 3D-Mark getestet, sondern auch zwei Spiele noch. Eins der Spiele ist War Thunder. Eigentlich neue Spiele spielen das Spiel wahrscheinlich nicht. Aber das Spiel skaliert wirklich gut, was die GPU-Last angeht. Und ist nicht so abhängig vom Prozessor wie andere Spiele. Hier zählt die Single-Core-Leistung am meisten. Und hier erreichen wir 132 FPS im Durchschnitt. Minimal sind wir bei 113. Und das mit einem GPU-Takt von 1.980 MHz. Und wenn wir dann übertakten, liegen wir bei maximal 2.175 MHz. Und im Vergleich, ihr seht, die FPS steigen deutlich an von 132 im Durchschnitt auf 142, also um 10 FPS. Und bei den minimalen sogar um 11 bis 12 FPS. Also das ist wirklich super. Hier lohnt sich das Übertakten auf jeden Fall. Und zum Schluss haben wir dann noch Shadow of the Tomb Raider. Da liegen wir ohne OC bei einem GPU-Takt von 2010 MHz. Und erreichen hier im Durchschnitt 79 FPS. Ihr seht hier unten auch nochmal dann aufgegliedert die einzelnen Scores, also die einzelnen FPS. CPU, CPU-Render und GPU. Darauf gehe ich aber jetzt nicht ein. Und wenn wir dann übertakten, liegen wir bei wahnsinnigen 2.205 MHz maximal. Und haben dann 4 FPS mehr. Ja, das sind noch nicht mal 5% mehr Leistung. Aber ihr müsst bedenken, dass das Ganze im CPU-Limit läuft. Würde ich zumindest behaupten. Und das werden wir demnächst dann auch sehen mit dem 5900X. Also es ist wirklich enorm, was rein von der Theorie her, müssten wir circa 10% mehr Leistung haben. Also ihr seht, hier fehlt ein bisschen was. Aber ich denke, dass das demnächst dann auch Geschichte ist. Ja, wie gesagt, der Stromverbrauch, der ist circa 30 Watt höher. Der geht von 530 auf 560. Das sieht man dann auch im GPU-Set. Da wird ja die komplette Bordpower angezeigt. Die steigt dann von 345, 350 auf 370 bis 380 Watt. Somit haben wir natürlich ein bisschen mehr Energie, die gebraucht wird. Ja, ich hoffe, das Video war interessant für euch. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne meinen Instagram-Kanal. Was ich noch sagen muss. Beachtet bitte, dass das Ganze von der Güte der GPU abhängt. Von der Kühlung der Grafikkarte. Von der Raumtemperatur. Von der Gehäuselüftung. Also es spielen so viele Faktoren mit rein. Das solltet ihr mal bedenken. Das spiegelt jetzt nicht alle Asus Tough Gaming RTX 3090 OC Editions ab. Könnte eine schlechtere GPU erwischen. Ihr könnt aber auch eine bessere erwischen. Von daher seht es nur als Anhaltspunkt. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.